Heute ist der 16. Februar 2018 und auf dem Tisch liegen zwei Lieferungen. Meine 50. Medimops Bestellung und darunter die 60. Rebail Bestellung. Und um die 60. Rebail Bestellung soll es hier in diesem Video gehen. Wird auch gleich geöffnet. So, hallo. Wie gesagt, es soll um diese Rebail Lieferung gehen. Die habe ich heute bekommen. Seitlich habe ich das schon mal angeschnitten, eben gerade. Das ist eine Bestellung vom 14. Februar, also vom Valentinstag. Und da hatte Rebail 20% Rabatt auf alle Bücher. Und diese Lieferung soll enthalten 17 Artikel. Von den 17 Artikeln sind 13 Bücher. Zwei Atlanten, sehr länderspezifisch. Einer zu Britannien, ein anderer zu Japan und zwei Karten. Und ich will mich hier eigentlich zu den Büchern äußern. Und um das vorwegzunehmen, die meisten Bücher handeln von Japan. Es sind auch zwei japanische Klassiker dabei. Hier sehe ich schon das Teuerste hier drin. Also, muss ich dazu sagen, die ganze Bestellung kam ursprünglich, also der reine Warenwert ohne Versand, 99 Euro. 20% Rabatt, das sind dann knapp 20 Euro. Und der teuerste Posten, das ist, Moment, das ist ein altjapanischer, na ich sage mal Liebesroman. Der kam eigentlich, ja jetzt finde ich das hier gerade nicht, der kam 44 Euro. Und das ist eine Ausgabe vom Manesse-Verlag. Und, das ist er hier. Das ist die Geschichte vom Prinzen Genji. So, und dann schauen wir mal. Zwei Bände im Schuber vom Schweizer Manesse-Verlag aus Zürich. Das ist die Neuauflage von 2014. Es gibt auch eine ältere, die ist günstiger. Und hier lohnen dann mal 20% Rabatt. Dann kostet es nur noch 35 Euro. Ich runde das mal auf ab. Und, naja, das sind etwa 17,50 Euro für jedes Buch. Schauen wir mal. Band 1. Moment, mein kleiner. Band 2, das ist richtig. Das ist jetzt nicht das typische Format der Manesse-Bücher. Die sind eigentlich etwas kleiner. Das war nicht gut. Der Autor ist Murasaki Shibuku. Die Geschichte vom Prinzen Genji. Und dann steht hier. Murasaki Shikivus Roman gleicht einem Seelengemälde. Das ist das Seelengemälde, das auch nach tausend Jahren nach seiner Entstehung strahlt wie am ersten Tag. In 54 Kapiteln entfaltet die schreibende Hofdame ihre universelle Kenntnis menschlicher Leidenschaften, die weit über ihre Zeit und Japan hinaus weicht. Ja, spielen tut es zu einem Teil in Kyoto. Das war damals die Hauptstadt der Haiyan-Zeit in Japan. So, und das ist das Besondere an dieser Ausgabe. Das ist kommentiert und mit ergänzenden Bemerkungen. So, und dann steht hier auf dem separaten Zettel noch mit psychologischem Feingespür führt sie ihren Helden Genji, den leuchtenden, von Liebesprobe zu Liebesprobe, blickt hinter Bambusvorhänge und Wandschirme und erzählt in unvergesslichen Szenen vom Leben am kaiserlichen Hof der Haiyan-Zeit. Ein weltliterarisches Juwel, ein weises, reiches Folgnis der Liebe. Das ist die limitierte Liebhaberausgabe mit japanischen Prachtleinen und Schmuckschuhe. Und da muss ich gleich aufpassen, dass der Vogel das hier nicht anklabbert. Ja, 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 ja. So, bestellt habe ich das im Zustand sehr gut. So wie ich das sehe, ist das erstmal sehr gut. Der Manesse-Vellag hat auch immer eigentlich eine sehr gute Papierqualität. Und das kostet neu bei Amazon 59 Euro. So, Moment. Da freue ich mich drauf. Bleibt noch zu sagen, das sind jetzt knapp 2000 Seiten. Und das ist die Auflage von 2014. Es gibt auch eine ältere. Und das finde ich toll, dass ich auch das bekommen habe, was ich bestellt habe. Das ist nicht immer so selbstverständlich. Egal, ob bei Rebay oder bei Medimods. Machen wir anders, dass das Teil hier nicht erschlägt. Weiter geht es. Das sind, handelt auch von Japan mehr oder weniger, das sind Karikaturen. Gaijin, äh, mein der Fremde. Gaijin, der Fremdling in Japan. 100 Meisterkarikaturen. Beobachtung über Begegnungen westlicher Ausländer in der so anderen japanischen Kulturwelt. Das hat nicht viel gekostet. Kam 1 Euro abzüglich 20 Prozent. Das sind 80 Cent. Broschiert hatte ich mir hier noch zugeschrieben. Das ist, naja, eigentlich ein Hardcover. Von 1987, Zustand sehr gut. Ja, okay. Von 1987 ist das. Sehr gut, ja. Und soll vom Kawa Verlag sein. Ups. Ja, das ist ein älterer City Guide über Tokio. Der sollte sein von 1992, kam 50 Cent. Und ich habe aktuellere Bücher auch über Tokio. Und, äh, das, ich habe es mir bestellt, weil ich hier, ähm, alte Aufnahmen von Tokio sehen wollte, ja. So wie Tokio Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er aussah. Die Bildbände, die ich selber von Tokio habe, die sind, oder auch Reiseführer, die sind moderne. So, und diese, ähm, APA City Guides sind eigentlich vom Polyglot Verlag. Und für 50 Cent kann man nicht allzu viel falsch machen. Und dann gehen ja immer noch die 20 Prozent ab, aber das spielt hier nicht so die Rolle. Ja, hier ist auch noch was Altes. Ein, ähm, ein sogenannter Hildebrandts Urlaubsführer. Der kam auch so gut wie nichts. Und ist auch älter. Ich sehe es gerade. Äh, ähm, Urlaubsführer Japan. Der kam abzüglich des Rabattes 70 Cent. Vom Verlag Karto und Grafik. Soll von 1998 sein. Broschiert mit 358 Seiten. Ja, ist mal ganz interessant. Das ist ein, ein Buch ohne Fotos. Das sieht man auch recht selten. Na gut. Ich habe sehr viele Reiseführer über Japan. Fast könnte man sagen, ich sammle die Dinge. So, dann kommen wir zu einem japanischen Klassiker. Und zwar Aufzeichnungen aus meiner Hütte von Kamo no Chomai. Wie immer man das ausspricht. So, und dann steht hier Erdbeben, Tsunami, Taifune. Immer wieder wird Japan von Naturgewalten überfallen. Die ganze Landstriche, Ortschaften und ihre Einwohner vernichten. Eindrucksvoll schildert der japanische Mönch Kamo no Chomai. Die Naturkatastrophen und sein Einsiedlerleben in den Bergen. Und das wurde anscheinend zur Hälfte mal gelesen. Erdbeben, Tsunami, Taifune ist es aber nicht. Weil das Problem haben die eigentlich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und dann steht hier In ihrer Berichterstattung mühen ausländische Journalisten gerne Kamo no Chomais Worte von der Flüchtigkeit des menschlichen Lebens und der menschlichen Behausungen, um ihr Entsetzen, insbesondere aber einen typisch japanischen Stoizismus angesichts dieser Katastrophen zu beschreiben. Die Schreckensbilder, die uns in jüngster Zeit aus Japan erreichen, scheinen in der Tat den von Chomai über 800 Jahre früher skizzierten Naturkatastrophen verblüffend ähnlich. Seine Aufzeichnungen aus meiner Hütte sind damals wie heute gleichermaßen aktuell. So, und das hat er im 12. Jahrhundert aufgezeichnet. So, und dann ist hier ein Zitat All diese Geschehnisse lehrten mich, die Mühsal in dieser Welt zu leben, die Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit des menschlichen Körpers und der menschlichen Behausungen zu begreifen. Nach den Erfahrungen von Elend und Tod und Vergänglichkeit zieht sich Kamono Chomai im Alter von 50 Jahren von Hof und Amt zurück, um ein Schüler Buddhas zu werden. Er kehrt der Welt den Rücken, baut sich in den Bergen eine schlichte Klause, in der er die Aufzeichnungen aus meiner Hütte beginnt. Er berichtet von seinem Einsiedlerleben in der Abgeschiedenheit, seine Gedanken kreisen um das Ideal des einfachen Lebens, um die Abkehr von den materiellen Werten und um die Frage, ob ihm in seiner kontemplativen Zurückgezogenheit die Überwindung der weltlichen Bindungen geglückt ist. So, und dieses Büchlein hat 98 Seiten und es ist vom Insel Verlag 2011. Das war auch jetzt nicht so preiswert. Für das Buch wollte Rebate 12,50 Euro haben und abzüglich des Rabattes waren es dann nur noch 10 Euro und hier hinten kann man sehen, also hier ist noch so ein alter Preisaufkleber drauf, das Buch kam mal 16,90 Euro. Und da bin ich gespannt, inwieweit ich diesen Aufzeichnungen etwas abgewinnen kann, also in dem Sinne, dass es mir hier für mein eigenes Leben etwas gibt. Also diese Abkehr vom Weltlichen, das ist auch etwas, ja, das mir selber so vorschwebt. Oh, Primus, nicht, dass du da jetzt an den Büchern knapp bist. Dann kommen wir zu einem anderen japanischen Buch. Das sind Kurzgeschichten. Ja, so Nuri Kawabata, das war der erste japanische Literatur-Nobelpreisträger. Und heute haben sie zwei mittlerweile, aber Kawabata war der erste. Ich meine, er bekam ihn 1968 für sein Buch Schneeland. So, und das sind neue Handtellergeschichten aus dem Hansa Verlag. Es gibt auch ein Buch, das nennt sich nur Handtellergeschichten. Handtellergeschichten heißen sie, weil sie so knapp sind, dass man sie auf einen Handteller schreiben könnte. Und dabei sind sie so reich an Bildern und Themen, so vielschichtig und vieldeutig, dass sich aus jeder von ihnen im Kopf des Lesers ein ganzer Roman entspinnt. Sie führen uns mitten hinein in das japanische Leben, das zwischen Fremden und Vertrauten oszilliert. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die Beziehung zur Natur und zum Tod. Und sie bilden das Herzstück und zugleich die beste Einführung in das Werk Kawabatas, da er in dieser kurzen Form, die er Zeit seines Lebens gepflegt hat, seine Erzählkunst zur Vollendung brachte. Siegfried Scharschmidt hat als Schlussstein seines übersetzerischen Werkes eine neue Auswahl dieser Geschichten für deutsche Leser zusammengestellt. Und dann ist hier ein Zitat der Zeit. Der Handteller des Menschen ist groß genug für einen kleinen Spiegel. Und wie Spiegel funktionieren auch Kawabatas Geschichten. Sie verändern sich mit dem Leser. So, wie gesagt, vom Hansa Verlag und das ist eine Auflage von 1999. So, und soll 120 Seiten haben, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, kam 3,30 Euro. Ich habe dann bezahlt, abzüglich der 20 Prozent, so um 2,60 Euro. So, damit es nicht anweilig wird, immer nur Japan, hier doch mal was anderes. Ein Taschenbuch, das geheime Bewusstsein der Pflanzen. Darüber habe ich auch schon einige Bücher gelesen. Mit dem Untertitel Botschaften aus einer unbekannten Welt mit Knauer, also Verlag. Und das ist von Josef Scheppach. Wollte ich dir noch nachtragen, bei dem Buch mit den Handtellergeschichten, habe ich im Zustand sehr gut gekauft oder bestellt. Und so wie ich das sehe, ist es auch sehr gut. Das habe ich ebenfalls im Zustand sehr gut bestellt. Und ja, es ist auch sehr gut. Das soll von 2016 sein. Und schauen wir mal. Ja. Vollständige Taschenbuch, Ausgabe August 2016. Der Neupreis lag mal bei 10 Euro. Und ich habe den abzüglich des Rabattes bezahlt 1,40 Euro. Worum geht es hier? Faszinierende Einblicke in die Welt der Pflanzen. Pflanzen haben mehr Sinne als wir Menschen. Sie haben Gefühle und empfinden Schmerzen. Sie können sehen, hören, riechen und haben ein Zeitempfinden. Immer mehr Forscher bescheinigen Pflanzen eine besondere Form der Intelligenz. Der Wissenschaftsjournalist Joseph Scheppach präsentiert sensationelle Erkenntnisse aus der Pflanzenwelt und erschließt uns ihr geheimes Leben. Und dann ist hier ein Zitat der FAZ drauf. Ein kurzes. Joseph Scheppach übersetzt die Sprache der Pflanzen. Ich habe darüber schon einige Bücher gelesen und das halte ich nicht für hokus pokus. Es gibt ja auch Experimente. Da begann man Mitte der 60er Jahre mit und die kann man eigentlich bodenweltweit gemacht und man kann immer zu denselben Ergebnissen. Und das gibt es auch als Hardcover, aber die war wesentlich teurer als diese Taschenbuchauflage. Jetzt will ich mal sehen, wie ich das hier noch alles hinstelle. Ich greife das hier mal immer von oben weg. Ein ganz anderes Thema. Von Omram Mikael Alvanov Yoga der Ernährung Der Autor, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, das ist ein Bulgare und ja, sowas wie ein Guru, ein europäischer Guru. So, und du kommst mal her. Und ich habe von ihm schon ein Buch, das geht über den Atem, über richtiges Atmen. Und hier geht es im Prinzip über richtiges Essen. Ja, also es geht jetzt nicht um Kalorien, um Vitamine, um Nährstoffwerte, darum geht es hier nicht. Aha, ich sehe gerade, er ist tot. Also er lebte von 1900 bis 1986. Französischer Philosoph und so weiter. Und Pädagoge, ja. Und dann steht hier, dieses Buch ist kein Diäthandbuch. Für Meister Omram Mikael Alvanov kommt es nicht so sehr darauf an, zu wissen, was oder wie viel man essen soll, sondern wie man isst und welche Einstellung man zur Nahrung hat. Den Lesern mag vielleicht die außergewöhnliche Überlegung erstaunen, das Essen aus seiner täglichen Banalität zu lösen, um ihm wieder die geistige Bedeutung eines heiligen Abendmahles zukommen zu lassen. Aber selbst derjenige, dem diese spirituelle Einstellung fremd ist, wird nachvollziehen können, wie er durch seine Einstellung zur Nahrung ein tieferes Verständnis der Beziehung zwischen Mensch und Natur gewinnen kann. Na, vergiss das mal, du kommst gleich ab. So. Denn es ist die Natur, die dem Menschen seine Nahrung gibt. Durch seine Gedanken und Gefühle kann der Mensch jene höchst subtilen Elemente der Nahrung aufnehmen, die zur Entfaltung seines ganzen Wesens beitragen. Ja, das ist wie gesagt vom Pros Veda Verlag. Und das soll eine Auflage von 2007 sein. Ja gut, jetzt steht hier 2004, das ist auch nicht so schlimm. Und es soll 152 Seiten haben. Ja, mit der Werbung, die da noch drin ist, also der eigentliche Text sind 141 Seiten. Und dafür habe ich bezahlt 3,70 Euro. Vielleicht kann man das sehen, so sieht er aus. Wie einer der alten Propheten des Alten Testaments. Ja. 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 weiter geht's ja das ist eine karte von nordspanien mit jakobsweg brauche ich nicht viel zu sagen das ist von ich nenne der verlag sich reise know how und diese karte kam etwa spanien nord peter rum verlag 3 euro 70 ist das der peter rum verlag eigentlich nicht naja karte also die ich bestellt habe jedenfalls die sollte kommen 3 euro 70 das passt ja auch ein älterer reiseführer über nordspanien von einer der aus der upper guide reihe aus dem polyglot verlag die ist finde ich eigentlich sehr gut und ja ich war viermal im norden spaniens irgendwie immer im winter das hat sich so ergeben und was ist denn hier noch und ich habe auch schon etliche bücher aus dem aus dieser reihe upper guide weiß gar nicht ob die noch weiterhin aufgelegt wird ich finde die sehr gut das kam hier irgendwie recht wenig geld das kam 1,30 abzüglich des rabattes 1 euro und geht auch ein bisschen um den Jakobsweg der liegt da oder die die städte die es da gibt Leon, Burgos, Oviedo La Coruña, Bilbao die verändern sich dann und wieder eine andere Thematik hier geht es um Spiritualität von williges Jäger anders von Gott reden und dieser Autor, williges Jäger das war ein ich meine ein benettiner Mönch also er ist christlich geprägt und der ging dann nach Japan und hat sich da fünf Jahre mit Sembudismus auseinandergesetzt und er hat nicht diese typisch christlichen Auffassungen auf der Suche nach einem tieferen und ganzheitlichen Verständnis des Christseins und was steht hier er interpretiert in seinem Buch biblische Texte, Ereignisse und Personen in einer neuen, ungewohnten Sichtweise als symbolische Darstellung einer kosmisch-göttlichen Botschaft die Evolution des Seins und des Lebens den Menschen und die Natur als Manifestationen Gottes im Prinzip auch wie im Hinduismus da wird die Natur auch als Manifestation Gottes begriffen Gott ist für ihn das Urprinzip, die Urkraft die sich in jedem Augenblick ereignet seine Schöpfung ist sein Tanz der Mensch ein Tanzschritt eine Welle im Meer des Göttlichen die christliche Botschaft wird erweitert und vertieft christliche Feste erhalten durch seine Deutung und Erklärung eine mystisch-spirituelle Dimension werden als Möglichkeiten zur Wiedergeburt Auferstehung und Erfahrung des Göttlichen im Menschen gesehen und dargelegt die Denkanstöße des Autors seine klare eindringliche Sprache faszinieren und überzeugen dieses Büchlein das kam es kam 6,80 Euro abzüglich des Rabattes 5,40 Euro gebunden hatte ich mir notiert Zustand sehr gut soweit ich das sehe ist der Zustand sehr gut und es ist vom Via Nova Verlag soll die dritte Auflage sein von 2008 aha ist die erste Auflage von 2007 aber gut da wird sich nicht so viel geändert haben und es hat 115 Seiten jetzt kommen wir zum größeren Büchern ist klar, dass die unten liegen macht jedenfalls Sinn hier geht es wieder um Japan die Frau im alten Japan von Aiko Saito bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als das japanische Inselreich die selbstgewählte Isolierung aufgab war wenig über seine Geschichte und Kultur bekannt und so weiter Aiko Saito ausgewiesen als Kennerin aha ist eine Frau der Literatur und Geschichte des Landes der aufgehenden Sonne schließt in ihrer lebendigen Darstellung vom Leben der Frau seit der EU-Gesellschaft bis zum Beginn unseres Jahrhunderts viele dieser Lücken anhand von Episoden über Frauen in ihrer Zeit die eine besondere Rolle in Politik, Wirtschaft, Kunst oder Literatur gespielt haben zahlreiche literarische Zeugnisse und nicht zuletzt faszinierende Bilder bietet der Band Einblick in das Leben der Japanerin aller sozialen Schichten die Autorin vermittelt im Gang durch die Jahrhunderte episodenhaft vielfältiges Wissen und dieses Büchlein hier kam im Moment abzüglich des Rabattes 2,80 Euro habe ich im Zustand gut gekauft also erstmal finde ich das soweit sehr gut bis auf dass der Schutzumschlag hier eingerissen ist naja deswegen es ist ja ein Schutzumschlag und das ist aus der Edition Leipzig 1989 also noch zu DDR-Zeiten ist mit, naja, ist mit Zeichnung auf einigen Farbtafeln und es hat 203 Seiten jetzt werde ich das hier mal anders machen dann geht's bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Das ist ein alter Bildband über Tokio, der kam auch so gut wie nichts. Der kam abzüglich des Rabattes 90 Cent und er soll von, das habe ich in Klammern geschrieben, 1988 oder mit Fragezeichen 1991 sein, soll 126 Seiten haben von einem italienischen Fotografen Marcello Bertinetti in Tokio war ich gewesen. Das ist eine sehr interessante Stadt, da habe ich auch einige Bildbände von und ich habe selber viele Fotos davon gemacht. Und das ist eine Stadt, die sich ständig verändert, wo ständig abgerissen wird, neu gebaut wird. Dieser Mensch hat, ich gucke gleich mal, von wann er es genau ist, ein anderes Tokio gesehen mit Sicherheit als ich. Wir haben mit einem ausklappbaren Bild hier von 1988. Eine faszinierende Stadt, kann ich jedem empfehlen, wer sich dafür überhaupt für den Ost interessiert, dahin zu fliegen. Für 90 Cent ist das sehr gut. So, dann kommen wir, aha, das ist hier eine Landkarte, Afrika, Zentralafrika und das südliche Afrika. Ich brauche nichts weiter zu sagen, das ist natürlich jetzt nichts Aktuelles. Da habe ich um die 90 Cent, abzüglich Rabatt sind es denn 70 Cent, soll von 1982 sein. Ja, wenn ich mal genau etwas nachsehen will, also genauer wird mir der Atlas, den ich habe, nicht helfen, dann nehme ich solche Landkörner. So, und das ist hier ein richtiger Atlas, das ist der Peugeot & Co.'s britische Atlas, Counties of England. Das ist so historisch nachempfunden, das ist in Englisch, das Buch. Und das kam es, abzüglich des Rabattes 1,50 Euro, gebunden von 1987, im Zustand gut, soll 168 Seiten haben. Ja, das soll ein kompletter Atlas von Japan sein, der war etwas teurer, der kam abzüglich des Rabattes 4,70 Euro, japanische Ausgabe in Englisch gut, ja, vom Klett Verlag. Ich habe eine Landkarte von Japan, ich habe ein Buch und dieses Buch ist ein Stadtplan von Tokio, aber das ist schon alles etwas detaillierter hier. Und was ich habe, sind kleine Karten von den Gebieten, in denen ich war, die gibt es dann bei den Tourismusämtern. Letzten Buch. 36 Dichterinnen des alten Japan von Andrew Pekarik vom Dumont Verlag. Für abzüglich des Rabattes 4,60 Euro, das ist vom Dumont Reise Verlag, schaue ich mal, von 1992. Und dann steht hier 36 Dichterinnen des alten Japan, höfische Dichtkunst der Haiyan- und Kamakura-Periode, 9. bis 13. Jahrhundert. Ein Album mit Illustration, Shobunsai Aichi, Einführung, Kommentar und Übersetzung von Andrei Pekarik vom Dumont Verlag. Ich glaube schon, es gibt ein sehr bekanntes Buch, das ist das sogenannte Hof, nein, das Kopfkissenbuch, der Hofdame sei schon hoch. Das ist bekannt, das ist ein Klassiker in Japan und ich denke, dass sie hier mit drin vorkommen wird. Und dass das hier eine Frau ist, wusste ich nicht, also mit dem Namen Murasaki, das kann ich jetzt nicht so deuten. Männlich, weiblich, nun habe ich hier gelesen, ist eine Dichterin, nämlich die wahrscheinlich hier auch drin vorkommt. Es ist mit Bezeichnung, ein ähnliches Buch aus der Reihe, Die Wanderung des Mönchs Ibnem ist auch vom Dumont Verlag. Ja, gut. Das war's. Dann hoffe ich, dass es vielleicht irgendwie gefallen hat oder Interesse gefunden hat oder irgendeine Art von Inspiration zum eigenen Lesen auslösen konnte. Ich will nicht sagen, dass hier für jeden irgendetwas dabei war, aber die Themen waren ja doch mehr oder weniger etwas, naja, ich traue mich mal zu sagen, vielfältig. Also gut, es war einiges über Japan, aber es war auch etwas über Pflanzen dabei, es war etwas über Spiritualität dabei und es war etwas über, ich sage mal, über richtiges Essen dabei. Und auch hier ein Roman ist, hier diese Handhellergeschichten, diese Kurzgeschichten. Na gut, okay. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss. 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 Vielen Dank.